hallo und herzlich willkommen zum letzten türchen pro weihnachten allerseits heute ist der vierundzwanzigste wir machen nicht lang rum wir fangen an und was fällt ins auge fördergerät keine ahnung fördergerät nachtvogel falsch wie es also anders falsch das geht es ja nicht das fängt ja super an gibt es denn noch einen nachtvogel mit vier Buchstaben benutzer salopp ostdeutscher posi höre wir mal kleben kleimen ja falsch alter was ist denn da los nachtvogel nachtvogel uhus leben ha benutzer user wieder neudeutsch na er mir auf fördergerät eben vierkrug maaass leben raucherutensil maschenbären feuerzeug jetzt na na was laufmaschine ich weiß es nicht tscherisch für peter spürt oh fast gar nicht ja toll das fangt für die gröder eigenes staatsgebiet bächlein ach bächlein rinnsaal fast net rinnsaal fast net Alice im Wunderland ach so weiß ich wenn ich das selbe deutsche mimi in Susanne aber wer heißt Susanne bächlein 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 mit Susanne bächlein vogelname bei Wilhelm Busch alter also ehrliche das ist Thürchen 24 hat ja nicht was einfacheres gegangen erzählen der Dichter ah das haben wir erstmal gar Dichter Dichter reingeschrieben Dichter undurchlässig alter das ist doch alles äh boah ey darf gar nix deutscher trainer Joachim Löw immerhin Wettmeister trainer Raucherutensil pfeife leben haften alter Eiter Peter pfeife oder nicht naja oder pfeife russisch zum mitnehmen take away auch wieder so neudeutsche scheiß verhängnisvoll kein Wunder, dass einem die deutschen Wörter nicht einfallen verhängnisvoll Auslegung literarische Abhandlungen Essay Essays Hermonialstätte Kirche Dom Ich weiss es nicht Afrikanischer Butterbaum Nein, ich weiss es gehört davon Kraftfahrzeug Auto Chinesische Religion Wow Gold Lau Tao Weiss ich nicht Afrikanischer Butterbaum Helferinternat Aha Hm Nein Männlicher Vogel Ohan Schwedischer Frau Name China Annette China Annette Altei Läuft Auslegung Auslegung Fördergerät Pumpe Eigene Stanzgebüte Liegt man auf der Zunge Unleserlich Sauklaue Deutsch Pasterine Undicht sein Dichter und undicht sein Zupf Instrument Was Geige kann man Zupfen Hafen Englisch Schlank Bin Falsch Englisch Schlank Das ist jetzt Das geht ganz übel Lüster Weißt du nix Helferinternat Retro Afrikanischer Butterbaum Keine Ahnung Teremonialstätte Alter Alter Ah Teremonialstätte herren monier als städte wenn denn der sie Cheapata Cheapata Ich meinte gerade Phermonialstätte Chinesische Religion Au Auslegung Besart Ah Das sieht jetzt gleich wie besser aus Verhängnisvoll Nicht famos, sondern Echlein Reden Warte mal Rinsal schreibt mir Oh Vorher falsch im Kopf Rinsal schreibt mir so Alter hat es jetzt vorher Mit zwei Jahren im Kopf Aber Saal ist ja das Ist ja ganz was anderes Jetzt habe ich aber Scheiss doch mal Eigenes Staatsgebiet Eigene Staatsgebiet Inland Alter Ehrlich Ja Interessant Ja Susanne Da gab es mal eine Aber Ein Mann will nach oben Susanne Wie heisst denn die Uralt Film Kennt ihr nicht Uralt Film und Serie Dessertwein Weiss ich auch nicht Schnuller Schnuckel Ich habe noch gar nicht gelesen Susanne Uralt Doch das ist die Jetzt Patal Ramos Undicht sein Ecken Unleserlich Zuck Kakelig Kuhl Klick Alter Kugelname beim Buste Zupf Instrument PC Cello ist nicht erzählender ich das war ein scherri Schärrige Wein. Lichter. Lichter. Weiß ich nicht. Zupfinstrument, auch schwierig. Vogelname bei Busch. Zupfinstrument, zitter. Ist ja falsch. Keine Ahnung, was da reinhunt. Das sagt mir gar nichts, Zupfinstrument, zitter. Aber. In Englisch lang weiss ich halt auch nicht. Also. Ehe war doch richtig da. Alter, was könnte denn der Sie? In Englisch lang weiss ich auch nicht. Da kann ja eigentlich auch nicht fehlen. In Englisch lang weiss ich auch nicht. Ich weiss es nicht. Konat. Zierschrank. Spätische Frauennamen. Weiss ich auch nicht. Ich weiss es nicht. Nia. Keine Ahnung. Spätische Frauenname. Spätische Frauenname. Alles im Weg. Sie. Gott bei Tolkien. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiss ich auch nicht. A.U. E.U. Tja. Tierschrank. Antike. Ah. Tierschrank. Alter. Ich will das auch ohne Vorgabe lösen. Das schaffe ich auch schon irgendwie dichter. Was ist er? Bam. 2011, those funken. Leute. Liesbe. Sooor. And weiss ich auch nicht. ihr strank wenn ein fair verti vertiko alter jetzt englisch ohne das schmoll schlank ist schlimm jetzt doch einmal müssen schießen ich da ich da ein N. 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 Vierter. Enger. Alter. Scheiss. W.A.E. das Vertiko Vertiko hat mir einfallen Mensch ein wenig früher Vertiko ja ah ja einmal bescheissen ist in Ordnung das war Türchen 24 und damit endet der Adventskalender für 2023 ich hoffe ihr habt Spaß jeden Tag eine Kreuzfahrt-Rätsel ist doch was oder die Kreuzfahrt-Rätsel das möchte ich gerne nächstes Jahr im Livestream machen Livestream auf YouTube ich weiss nur noch nicht so welche Uhrzeit lagert mal eine Uhrzeit vor schreibt es in die Kommentare wie viel Uhr ich senden soll ich habe keinen Plan morgens ist scheiße oder frühabend späterabend was denkt ihr 17 Uhr 18 Uhr 19 Uhr schreibt es in die Kommentare ich würde mich freuen weil ich habe wirklich keine Ahnung ich würde es ja morgens machen aber morgens ist auch doof für euch aber abends ist es ein wenig doof für mich aber für euch mache ich alles also schreibt es in die Kommentare und nochmal frohe Weihnachten einen guten Rutsch wenn man sich nämlich sieht was ich aber nicht hoffen will ich hoffe ihr schaut Frau Silvester nochmal rein bei mir also Ladi sagt tschüss bis die Tage zu einem nächsten Video auf meinem Kanal schaut mir das Ladi zockt Videos als wenn ich es doch nochmal losgekauere tschüss Nice Bis zum nächsten Mal.